Der Aquastar EV ist das erste elektrische Kanalreinigungsfahrzeug mit Wasserrecycling weltweit. Kanalreinigung ist eine sehr energieintensive Anwendung. Herkömmliche Elektro-Lastwagen würden da schnell an ihre Grenzen stossen. Für uns war aber klar, dass wir eine Lösung finden müssen, mit der Kanalreinigung auch elektrisch in gewohnter Art und Weise ausgeführt werden kann. Mit dem Partner Designwerk haben wir nun ein leistungsstarkes Fahrzeug entwickelt, das diesen vollen Tageseinsatz ermöglicht. Wir sind stolz darauf, auch im Bereich der Elektrifizierung Technologieführer zu sein.